Und hier sind wir auf der... Und wieder däschig zuerst. Ja, kack dich ins Gesicht. Kack dich. So, hier sind wir auf einer meiner Lieblingsmaps von TF20. Halt die Fresse hier. Nein! Halt die Fresse. Nein! Doch, wirklich. Halt die Fresse. Halt die... Halt die Fresse. Nein! Doch. Nein. Also, hier sind wir auf einer meiner scheiß Lieblingsmaps von TF20, nämlich CTF Double Cross. Auch nur, weil deine Pickel hier besser zu verstecken sind. Die aus deinem Arsch. Die wachsen aus deinem Arsch. Halt die Fresse, du Spank. Siehst du, Hanna sagt auch Sch. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Glück. Ups. Ey, was soll des? Alter, der scheiß Luftangriff hat so einen scheiß Reichweite, ey. Das ist einfach nicht mehr normal. Ja. So was soll einfach nicht so sein. Los. Was? Die totale Fetzung. Ich schau nur noch... Da-da-da-da-da-da-da-da. Ich mach mich mal nützlich. Was? Was? Ich weiß. Ist doch Sinn und Zweck. Ist doch Sinn und Zweck. Von allem. Alter, mein... Mein Demoman hat gerade auch bloß... Ah, äh, 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 äh. Was? Ups. Oh, oh, da kommt ein hässlich. Ich hab immer mal... Wo? Was ladet der? Halt die Fresse, du Spacken! Hast du ihm das in den Chat gesagt? Nein! D, 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 d. Auf jeden Fall kriege ich jetzt wieder Schaden von den ganzen Scheißdingern. Das war ein Spy. Das hätte ich nicht gedacht. Wow. Ich mag den Server nicht. Auf dem lag ich. Warum lagst du da? Keine Ahnung. Vielleicht hat sich ja Hanna aus Versehen mit deinem PC ins Internet gekackt. Kann sein. Hanna, hast du Firefox oder so offen? Bei dir. Äh, auf dem Laptop. Gut. Geh, ich mach's. Gut. Ja, schlimm. Ich will diesen Dämmo machen jetzt. Oh Gott. Okay, er ist runtergefallen. So ein Spacken. Ich gehe mal die Ente kacken. Wir haben die Ente kacken. Okay, irgendjemand anders hat die Ente gekackt. Mann, der checkt nicht, dass es da hinten nicht weitergeht. So ein Homo. Hey, wie's... Sag mal wieder was zu dem Jungen. Zu welchem Jungen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Feuerwerk am Himmel. Von einer Bäckers Bazooka. Komm, dieser hässliche Typ. Dominierung! Magst du Dominierungen? Scheiße. Ja! Lame! Geh, ga, 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 ga... Geh, ga, 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 ga... Schwiezd! Menschen heißer Guck. Ja da, ne, Guck. Au. Der Demoman sagt auch immer Guck. Tölt den Quantum Typen. Der haut immer ab! Er ist tot. Er hat sich getötet, ja. Oh, wovon wir kommen. Eis-Tiger. 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 Eis-Tiger, ey. Ich hab ihn getötet. Mh, ist voll der Spacken. Eis-Tiger. Ey, da hinten ist Quantum. Mag Quantum töten, bitte. What the fuck? Wie auch immer ich... Wie auch immer ich das gerade geschafft hab, wieder hier rauf zu landen, ey. Er dachte wahrscheinlich, er hätte mich runtergekommen. Ich muss sie aufhalten. Da fragt diesen crazy Yo mit Hässlichkeit. Hm. Ich hab gerade deinen In-Game-Sound gehört. Ich hab nur Leute getwittert. Neeeeh. Jemand hat Revenge auf mich. Naaah. Naaah. Na, auf jeden Fall wird das hier die letzte Map sein, die ich aufnehmen werde. Und dann, äh, kacken wir einfach, einfach offline weiter. Und das ist ziemlich lustig immer. Findest du das nicht auch immer lustig, Thomas? Hm. Hm. Warum eigentlich? Weil ich da Leute beleidigen kann. Fetzen! Ach, was? Hm. Nein, meine Intel. Geh weg. Meine. Vorsicht doch, du hast sicher Cheeseburger. Oh, da ist, da ist, da ist, da ist dieser Spacken. Oh, ich treff ihn nicht, ey. Ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Wo ist er? Da ist er. WTF, wo bin ich denn gefetzt? Okay, ich fetz mal lieber irgendwo anders hin, bitte. Bitte irgendwo anders hinfetzen. Bitte, äh, hier entfetzen. Hier langfetzen. Tut. 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 Sie haben sich getötet. Äh, ganz, in der, ganz oben muss ein, ähm, Stein oder so hin und dann darunter jeweils zwei Stöcke. Ja, und ich hör kaum was. Ich dominiere schon wieder jemanden. Yo, Kumpel. Ich dominiere schon wieder jemanden. Ich hab Heranwohlspinnen. Ich bin tot. Ich hab auch die Geld, Kumpel. Lord Bob. Lord Bob rennt mir voll in die Fresse. Ich hör nur... Wiequittige G���� superintendent. Was ist B.B.B.B.B.B. Schwule Geräusche. Was für schwule Geräusche? 力 avatmen. L. K. Wielst 2-0. Max. Was hast du gemacht? Wir haben die Chance für die Intelligenz. Sagen wir, wo der Madag ist. Okay, da ist ein Spacken. Da ist ein Spacken. Da ist noch ein Spacken. Sie sind beide tot. Irgendjemand snipet mich. Aber von wo? Ah, von da. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ich möchte gerne das hier. Hilfe, Hilfe. Aber durch Feuer nehme ich immer noch keinen Schaden. Check ich nicht. Ja, versucht nur mich anzukurkeln. Bringt dir nur nix. Tschüss. Ich kapiere immer noch nicht, wie das geht. Was? Ja, Centrist. Ich auch nicht. Interessiert mich aber auch herzlich wenig. Fetz. 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 Oh Gott. Meine Punkte im Gegensatz zu dem zweiten in der Liste. Ey, guck mal. Ich fetz einfach nur. Fetz. Oder. Lol. Was zur Hölle war das? Warum wurde ich auch immer so hochgekackt? Fetzung. Informatik-Master. Informatik-Master. Was auch immer. Nö. Wee. Explosionen machen mir sowas von gar nix. Oh, da ist ein Brassbeast heavy in deren Interim. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Ja. Komm her, du Spack. In meinem Leg. Mein Leg, mein Arschloch, so sehr, dass ich da nicht mal hinkommen würde. Mann, da habe ich ein bisschen zu tun. Leute kloppen und so. Und so. Hm. Das Wichtige ist, dass er uns so. Ich nerve jetzt diesen Brassbeast-Typen da. No. Was? Das war ein Treffer? Eigentlich? Immer so, ein Schuss tötet. 425 Schaden macht kein ein... Äh, eine Bullet macht keine 425 Schaden. Ein direkter Treffer doch. Glaube ich dir nicht. Irgendwie. Also, es tötet mit einem Schlag. Ich hatte das Teil ausgerüstet, du Hässlichkeit. Okay. Ich will trotzdem diesen blöden... ...typen. Leute. Nein, er hat mich getroffen und ich hab fast gar nix verloren, irgendwie. Hm. Ich hab jetzt ne Idee. Dash! Und zurück Dash! Boah, ich hab's überlebt. Ich hab's verdammt noch mal überlebt. Und nebenbei noch ne Spy getötet. Die Katze, wie die angehörert kam. Hannas Katze ist echt ein bisschen komisch. Die rennt sofort zu 100 Muttern. Aber ich glaub glaub, dass zumindest jetzt ja Muttern war. Der Katze ist Hunger heute... Ich würd's jetzt auch mal die ganzen Gegner hin schaffen. Okay, Brassbeast. Interessiert mich nicht! Interessiert mich immer noch nicht! Ah, doch. Oh, Luke-Budel. 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 Budel-Luke. Kennst du Budel-Luke? Budel-Luke! Ich kann nur Hörp-Dörp-Dörp. Lol. Nö, ist nicht. Ist einfach nicht. Einfach fetzen. Nö. Was? Luke-Budel. Budel-Luke-Budel. Ich hab den Heavy gekillt. Budel-Budel-Luke-Budel. Was machst du gerade überhaupt für eine Klasse? Iro. Ich gegner so den Weg richten Brücke. Nö, nix da. Nix da Spurzen-MG, stirb einfach. Nix da. Nix da. Ich warte auf den Heavy. Wenn der hier runterkommt, ey. Ich glaub nicht, dass er nochmal hingeht. Meinst nicht? Nö. Nix da. Wo kam dieser hessische Pyro plötzlich hin? Keine Ahnung. Ich versuch auf jeden Fall, diesen Heavy zu töten. Oder auch nicht. Die enemy ist taken our challenge gems. Wo ist unsere Intel eigentlich? Beziehungsweise, wo ist deren Intel? Achso, die hat jemand. Bist du das? Mh. Bist du dir ganz sicher? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja. Ja, OnlyTown-Kills auf dem Team-Ports mal 10 Server. Ja, echt, ey. Sonst noch Wünsche? Zwei Spiel, dass man nur noch Kurzschluss benutzt. Kurzschluss bringt sowas von gar nix. Alter! Mach den Ton auf dein Headset und nicht auf die Kackboxen. Hab ich nicht. Hier ist auf mein Headset, du Hässigkeit. Trotzdem höre ich das die ganze Zeit. Pech gehabt. Du bist ein Spy. Du bist doch kein Spy. Oh, ist dieser I kill you? Der Gegner auf die Mord. Ich sehe nicht. Fragen mich was Leichteres. Wie tief ist das Arschloch deiner Mutter? 25 Kilometer. 25,376, glaube ich. Wann hatte ich das Geheimmaterial? Keine Ahnung. Du hattest es wahrscheinlich immer noch. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Aber auch zu einem bestimmten Grad gruselig. Warum? Weil diese Hässigkeit... Alter, mach den Ton leiser bei dir. Ich höre das die ganze Zeit. Das nervt oder schreit die Aufnahme. Du hast die lauter, mach du Hässlichkeit. Trotzdem höre ich es die ganze Zeit. Ich höre es trotzdem die ganze Zeit. Also sei leise. Dann hast du Pech gehabt. Nein, das versorgen mir die Aufnahme. Dann macht ihr den Ton ganz aus. Oh, du Hässlichkeit. Doch. Ich will das nicht die ganze Zeit hören. Hast irgendwas an deinem Kagi verändert? Weil ich hab nie was dran geschaut. Weil ich hab ganz sicher nicht diese scheiß deutschen Synchos drin, die ich immer wieder höre. Aber du hast was an deinem Sound geändert. Ja, ich hab's ein bisschen von mir lauter gemacht. Aber mehr auch nicht. Ja, dann hast du irgendwie Scheiße gebaut. Weil ich hab nichts an mir lauter gemacht. Ja, ich hör die ganze Zeit die scheiß Tusse, die die ganze Zeit irgendwas labert. Ja, da! Die feindliche Intelligence wurde fallen gelassen. Oder was auch immer. Hör auf, die Scheiße auf die Kackboxen zu stellen. Habe ich nicht, du Hässlichkeit. Hast du. Habe ich nicht. Doch, hast du. Nein. Doch, hast du. Warum hör ich dann auf meine Kopfhörer, du Hässlichkeit? Weil du mich wieder verarschen willst. Nein, weil du hässlich bist. Nein, weil du mich verarschen willst. Wie so eine Kagiwurst. Hörst du irgendwas von meinem Spielsound? Sie hört nichts. Das heißt, ich verschätze mal, du bist einfach nur viel zu hässlich, Alex. Wir werden auf die nächste Grafik beginnt in zwei Sekunden. machen wir wieder facing worlds das ist lustig gewesen wieso spielen wir eigentlich den ganzen tag tf 20 weiß nicht viel spaß beim uploaden drei stunden vier stunden ich habe keine ahnung wo kommt dieser ich habe es auch nicht kapiert wahrscheinlich hatten bestimmte maps einfach genau gleich viel und deswegen haben sie das noch mal gemacht ich habe gehört dass du gestorben bist er wieder heißliche mother fucker also ich höre sogar deinen hitz und mehr ich will diesen hässlichen typen jetzt endlich hässlich machen dreckigen penis wird schon wo ist der keine ahnung wo er ist na ich habe alle getötet das soll ich auch gehört bei dem kx-probe er hat war nun —Luke-Budel! —Luke-Budel! —Nö! es nur nix direkt schatten wo kann der Market Garnersucht hier nah klar und weg ich schon wieder hin keine Ahnung Server Map Time Left sieben Minuten ich fang mich echt wie lange wir schon aufnehmen beziehungsweise ich Stunden viele viele Stunden ne Stunden glaube ich nicht aber auch Stunden viele Stunden ja vielleicht so gut zwei Stunden vielleicht das wär lustig warum läge ich immer an deren Spawn nirgends wo sonst nur an deren Spawn tja Don't ask me I don't know einer von denen ist so hässlich dass ich so läge Victory Ich mag nur nur sechs Minuten muss ich aufnehmen mindestens mach es einfach den unfairen medic ich kann dann krieg ich den Dreck schlag an von Lord Bob Lord Bob kommt wieder Bob du gehst nicht die Intel capturern nein ich sag's dir ne waaaaaaaasss Ich höre, wie du mit Scheiße schießt. Ich höre, dass du Revenge auf irgendjemanden gekriegt hast. Du hörst einfach nur... Wie ist das möglich? Weil du einfach deinen Ton über deine Boxen laufen lässt. Nein. Kannst du immer noch Hammer fragen, falls du immer noch nicht... Dass ich den Scheiß-Ton nicht auf den Boxen habe. Also echt, Alex. Trotzdem höre ich es die ganze Zeit, also mach dein Kack-Headset leiser. Das hat schon immer viel zu viel Ton. Das ist trotzdem viel zu viel Ton in meiner Schreitaufnahme. F*** dich, du blöder Pyro. Nö, du kriegst mich nicht mit deinem Back-Scratcher. Nein. Ich muss sofort schlucken, bitte. Ich muss sofort schlucken, guck mal. Ich kriegst mich nicht mit deinem Back-Scratcher. Ich nehm ich mir Okech. Du kriegst mich nicht mit deinem Back-Scratcher. Dann hab ich dich mit deinem Back-Scratcher. Ich nehm ich ver Anfang der schlucken, dass ich euch nicht mehr Plan einfach schlucken. kriegst du eigentlich auch durch feuer keinen schaden wenn du da monat spielst eine ahnung ich hab's nicht ausprobiert nein du hässlichkeit das war nicht nur so hässlich ich müsste es dann werden schläge und kutsche gegen klatsche mann ist da hässlich es ist einfach luke ecke 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 er ist fahne every time komm her spy komm her luke budel dankeschön nein das war nicht immer luke budel schade ich wollte aber luke budel boah ver- ja ey wie kann der nicht so lägen uns bitte treffen indem es einfach geht rache du hässlichkeit wundervoll ich mache leute hässlich wundervoll was machst du bitte jetzt hier wieder so hässliches kind ich mache die ganze zeit fetzen und ich warte bis diese scheiß intel wieder da ist wie nein nein glaube boah blöder back scratcher typie wie die als er Prozent wir haben und so erst mal er Prozent aber er kommt um die der Kürbler St und schmerz die fest nicht der Typ ja ich warte und ich warte Dankeschön. Mach Hände. Bin unterwegt. Auf zu niesen. Aua. Danke und nein. Nein! Boah, ich wär fast runtergeflogen, ey. Aha. Scheiß-Battlers-Bersucker von diesem Typen. Ich hab zwei Leute getötet, ich weiß nicht wie. Da, wo T-Chim! Was hast du gelabert? Das, was... Das, was dieser Scheiß-Demoman gerade gelabert hat. Da wird... äh, da wird T-Chim! Ach, ach! Ja, wir haben nur noch 38 Sekunden Zeit für Aufnahme. Thomas, möchtest du noch irgendwas sagen? Alex Hässlichkeit hat mich heute so genervt, dass der Computer lag, dass das Internet lag, dass einfach nur Alex Mutter sich anhört wie ein hessischer Goblin, der weint. Warte, jetzt kommt gleich wieder das Overtime. 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 Vorher capture ich nicht, bevor sie das Overtime gemacht hat. Overtime. Los! Los! Nein, doch nicht, doch nicht Overtime. So, das war's Leute, mit der Aufnahme und man sieht sich das nächste Mal. Guck mal, viele Dominierungen. Äh, 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 äh. Du da bistessen. Ja, sag mal. Vielen Dank.